Ja, es freut uns, dass wir hier sind. Spannende Messe und auch, dass wir eingeladen worden sind hier. Es ist sehr bereichert mit den ganzen Jugendlichen und die vielen Möglichkeiten, die Jugendliche machen können. Und unsere Spezialität ist, dass wir helfen, dass die Jugendlichen ihre Begeisterung, ihre Talente entdecken können und dass sie besser mit Stress umgehen können, dass Lernen leichter gehen kann und dass sie gesund sind. Und das ist unser Anliegen, weil der Mensch mindestens genauso wichtig ist wie die Technik.